Hallo liebe Nachbarn, wir haben euch echt gern. Nur bei einer Sache, da könnt ihr noch was lernen. Sag mal, Ralf! Hast du schon wieder dich abgespült, oder was? Was willst du denn? Du hast ja auch schon seit drei Wochen bestimmt kein Klopapier mehr gekauft. Stress in eurer WG ist leider normal, aber ich hab abwechselnd für euch. Die Fraktion und WG-Gesuch suchen eure Vierzeiler für das längste Fußballlieb der ganzen Welt, das so lange geht, wie ein Fußballspiel, nämlich 90 Minuten. Spitz die Stifte, holt Papiere, schreibt uns eure Vierzeiler für jedes EM-Land und ladet sie auf www.deine-em.de ins Internet. Lasst die Internetgemeinde abstimmen und die besten Vierzeiler schaffen das auf die Doppel-GD, die Mitte Juni erscheint. Unter allen Einsendern verlosen wir T-Shirts, CDs und ein privates EM-Viewing in eurer WG. Wir bringen alles mit, was zum Fußballschauen gehört. Ihr schreibt die Vierzeiler, ladet sie hoch, flankt euch rein, spitz die Stifte www.deine-em.de. Viel Erfolg, wir sind gespannt. Ade! Schwarz, Rot, Gold sind unsere Farben, Schwarz, Rot, Gold ist unser Land. Liebe Nachbarn bloß nicht ärgern, denn wir spielen euch an die Wand. Irgend anderes sagt das Besser und da holt euch keiner ein. Doch mit Fußball keine Fragen, werden wir am besten sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017